Die nächste Übung ist auch eine meiner Lieblingsübungen, und zwar immer wieder das Gleiche. Die kann man überall machen, wenn ich auf den Bus warte, auf meinen Zug warte. Einfach die Beine so weit hinstellen, dass ein V, also die Füße ein V bilden, wie Charlie Chaplin. Die Arme nach unten, auch da wird immer Spannung im Bauch, die Schulter blätter tief. So, und jetzt gehen wir langsam hoch, sodass die Hacken hochkommen. Hoch, 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 hoch. Und ganz wichtig ist, dass die Hacken zusammenbleiben. Also nicht, dass wir hier auseinander gehen, sondern wir gehen hoch, lassen die Beine zusammen und gehen runter. Das heißt, ihr merkt, ihr müsst richtig den Po zusammendrücken, die Beine zusammendrücken. Dann habt ihr hier richtig was, was ihr merkt, was ihr trainiert. Der Po, Oberschenkel und richtig hoch und tief. Und wenn ihr jetzt irgendwo auf den Bus wartet oder beim Einkaufen habt vorne dann den Wagen, den ihr noch habt und an der Kasse warten müsst, könnt ihr die Zeit immer nutzen. Langsam hoch, langsam runter. Brennt im Po unheimlich, Oberschenkel merkt ihr. Die Innenseiten, die für uns Frauen ja immer sehr schwierig sind. Und davon machen wir jetzt richtig schöne 10 Stück. Auch wieder einatmen. Hoch, oben halten. Ausatmen, runter. Ein. Und schön hoch. Und die Hacken zusammenlassen. Aus, runter. Ein. Und aus. Nochmal ein. Hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und aus. Und weil er das so schön macht, nochmal 10. Eins. Hoch. Und runter. Einatmen. Und aus. Schulterblätter tief, Nacken ist lang. Ein. Und aus. Und haltet den Po schön zusammen. Haltet die Spannung. Ein. Hoch. Aus. Runter. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei 8, oder? Egal. Und noch 7. Und noch 6. Und noch 5. Und schön die Spannung halten. Ganz fest halten. Wenn das nicht könnt, meistens gehen die Hacken auseinander, legt euch da ein Tempo zwischen. Und dieses Tempo müsst ihr halten, das dürft ihr nicht loslassen. Jetzt noch 4. Und noch 4. Und höher, 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 höher. Und 2. Und wenn es jetzt brennt, schon hier am Po, dann ist es richtig, da müssen wir noch 5 machen. Und noch 5. Und noch 5. Und 3. 2. 1. Und wenn ihr das so toll könnt, hoch, 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 hoch. Und jetzt halten, halten, halten. Und dann kochen die Beine, 8, 7, Popo zusammen. Ganz fest zusammen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Dann könnt ihr die Beine ausschlagen. Und dann merkt ihr, dass ihr was für den Po gemacht habt. Und für die Oberschenkeln. Und gerade hier in der Mitte, da haben die Frauen immer die meisten Probleme. Vielen Dank.